Wie sieht der Sieg aus? Na klar, eine Führung der Beifel, und das ist klar, dass er vorliegt, und er hat sich nicht zurückzunehmen. Ja, der ist ganz stark, aber wie er sich das erarbeitet, kann er wieder vor dem Wettbewerb. Unfassbar, das, was er hier macht, das ist so etwas wie ein Tor, wie ein Kunstwerk. Die Karte wird aufgewachsen. Die Karte werden mehr, die Ziele gestellt. Ich bin aufgehangen, die Ziele gestellt. Ich kann's nicht mehr warten. Ich weiß, dass ich jetzt zu sein muss. Ich kann's nicht mehr werden, Ich bin aufgehangen, das ist das Wettbewerb. Erst vor wenigen Augenblicken wechselt er das Tor quasi ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020